Ja, Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Formel 1 2021. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir sind beim vorletzten Rennen. Wir sind in Melbourne, in Australien. Und ja, ihr habt es gesehen, es ist in den letzten Rennen viel passiert. Wir haben ordentlich Punkte gesammelt. Auch in Brasilien konnten wir wieder ein gutes Rennen abliefern und diesmal sogar aus eigener Kraft in die Punkte fahren. Also nicht nur durch eine Strategie nach vorne gespielt werden, sondern wir konnten tatsächlich auf der Strecke einen McLaren überholen, einen Ferrari überholen. Das spiegelt jetzt natürlich noch nicht das Leistungsbild wieder, was ich auch hier in Melbourne erwarte. Aber es zeigt, dass die Updates in den letzten Rennen gefruchtet haben, dass sie angekommen sind, dass sie funktioniert haben und dass es das Auto weiter nach vorne gebracht hat. Deswegen bin ich ganz zuversichtlich für die letzten beiden Saisonrennen, dass wir zumindest weiter vorne sind im Mittelfeld. Also dass wir jetzt nicht zwangshaft nur in die Punkte fahren, sondern dass wir halt zumindest um die Punkte kämpfen können. Das ist, glaube ich, so eine kleine Prognose, die ich dafür habe. Also das ist meine Vermutung. Ich hoffe, dass das soweit funktioniert. Und wir gucken jetzt mal rein, was noch so ein bisschen ansteht, bevor wir dann ins Rennen gehen. Wir gucken mal kurz in die E-Mails. Ich habe hier eine E-Mail bekommen. Wieder aktualisierte Fahrerwerte. Ja, wir passen das wieder auf den aktuellen Spielstand an. Okay, wir gucken in die Forschung. Und ich habe es eigentlich im letzten Rennen gesagt, ich wusste noch nicht, wann der Forschungsbaum gesaved werden muss. Wir sind jetzt beim letzten Rennen oder beim vorletzten Rennen soweit, dass wir hier Sachen speichern müssen. Wir haben 1200 Ressourcenpunkte. Wir müssen mal gucken, wo wir da reingehen. Ich würde ganz gerne in Richtung Abtrieb gehen, weil ich eigentlich denke, dass der Motor recht gut ist. Und dann sehen wir mal alles, was hier orange oder gelb ist. Das ist ungeschützt. Und wir sehen es. Umso weiter wir nach unten gehen, umso mehr wird das. Also wir müssen da wirklich ein bisschen gucken, dass wir da jetzt investieren. Und wir gehen auf jeden Fall auch mal rein. Das ist jetzt für die nächsten beiden Rennen wird das der Schwerpunkt sein. Also wir werden das Auto voraussichtlich nicht mehr weiterentwickeln, sondern werden jetzt hier gucken, dass wir die Teile schützen, die uns da noch angezeigt werden. Und da werden wir uns im Schwerpunkt erstmal auf die Aerodynamik konzentrieren und dann auf den Antrieb. Auch da ist es eine Menge, was wir schützen müssen. Aber ich glaube nicht ganz so viel wie im Bereich der Aerodynamik. So, soviel erstmal dazu. Ihr habt es gesehen, wir haben jetzt die ersten Teile geschützt. Wenn wir mal reingucken, wir haben 6,53 Millionen Dollar. 4 Millionen würde ich mindestens gerne für die nächste Saison haben wollen. Und wir gucken mal, wo wir hingehen. Also auch hier die Anerkennung könnten wir vielleicht nochmal mit reinpumpen. Und vielleicht auch die Aktivitätenplanung für spätere Fahrer. Ich würde ganz gerne erstmal auf die Anerkennung gehen, dass wir da ein bisschen mehr kriegen. Das wird ausgebaut. Das sollte dann auch erstmal reichen. Und dann werden wir uns dann für die neue Saison mit dem Geld, was wir hier kriegen, werden wir uns im Bereich Personal ein bisschen verstärken. Wir werden auch das Triebwerk und die Aero und das Chassis jeweils nochmal um eine Stufe ausbauen mit dem, was wir dann kriegen. Aber das geht dann halt erst in Richtung Saisonende. So, wenn wir aktuell nochmal in die Fahrer-WM gucken, dann sehen wir, dass Bottas halt immer noch führt. Ich habe es ja beim letzten Mal auch gesagt, der Weltmeistertitel ist ihm nicht mehr zu nehmen. 353 Punkte im Vergleich zu Lewis Hamilton mit 209 Punkten. Generell könnte man auch das Titelbild von Formel 1 2021 gänzlich neu austauschen. Anstatt vorne Hamilton, Verstappen und Leclerc draufzupacken, könnte man hier auch einfach Bottas, Ricciardo und, keine Ahnung, Norris draufpacken. Weil diese Teams so stark sind, diese Fahrer, und das irgendwie gar nicht so das widerspiegelt, was aktuell in der Formel 1 so wirklich los ist. Also ja, Norris ist stark und auch Verstappen und so ist stark, aber, naja, nicht so stark, dass er aktuell um den Titel da vorne mitkämpfen könnten. So, wir gucken nochmal in die Aktivitätenplanung und werden da schauen, dass wir, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Ja, wir können die Konzentration vom zweiten Fahrer ruhig nochmal ein bisschen erhöhen, das dauert nur einen Tag. Wir werden auf jeden Fall auch noch was fürs Team machen und für den Fahrer, für die Anerkennung und dann reicht das eigentlich auch. Dann lassen wir einfach mal laufen. Wir gucken nochmal in die Forschung vorher und da sehen wir, dass noch vier Updates in der Entwicklung sind. Und zwar der Kabelbaum, die überarbeitete Bremslufthutze, die Hubdämpfer und die Steuerelektronik in der Strapazierfähigkeit. Ich hoffe, dass das jetzt alles noch dementsprechend kommt. Es sind drei kleine Updates. Ein großes, das große halt im Bereich der Strapazierfähigkeit, um da die Steuerelektronik halt ein bisschen fester zu machen, quasi ein bisschen abnutzungsresistenter zu machen. In der Regel, seht ihr, kommt das im November, 10., 22. und 25. und wir sehen, wir sind am 8. November mittlerweile. Also ja, ein Update kommt jetzt noch und der Rest kommt dann nach Australien, so wie wir es auch im letzten Rennen gesagt und angesprochen haben. Wir lassen jetzt einfach mal durchlaufen. Gucken, ob da jetzt hier noch das ein oder andere fehlschlägt oder ob wir das Update wenigstens kriegen, was kommen soll. Die Marketingabteilung wurde verbessert und wir haben ein Ereignis. Wir wollten das Simulator-Programm für Elliot etwas abwechslungsreicher gestalten und für die heutige Session ein paar Änderungen vornehmen. Worauf sollen wir uns dabei konzentrieren? Auf jeden Fall auf die Rennkunst. Erfahrung kommt von alleine. So, gerne. Na siehste, dafür bin ich Teamchef. So, wir machen weiter. Okay, die Updates, ihr habt es auch vorhin gemerkt, die sind gekommen und sie sollen auch angekommen sein. Das sieht auch gut aus. Der Verlauf zeigt auch, dass wir damit jetzt eventuell sogar gleich sein oder gleich geschaltet sein könnten mit Alpha Romeo. Oder müssen wir mal gucken, wenn wir dann im Rennen sind, kann ich euch das sagen. Das hängt ja immer so einen Ticken hinterher. Aber da gucken wir, ich gebe euch da Bescheid, wenn wir dann im Rennen sind. Und dann war es das jetzt soweit hier aus dem Teamhauptquartier. Wir sehen uns gleich auf der Strecke. Also, let's fetz! Okay, wir gehen auf unsere fliegende Runde hier in Melbourne im Allbird Park. Gucken, wo die Uhr stehen bleibt. Training war jetzt nicht ganz so dolle. Ja, eine sehr durchwachsende Nummer, was das Tempo und den Speed angeht, beziehungsweise generell die Platzierung. KI scheint hier wieder sehr stark zu sein. War nicht ideal getroffen, haben wir sogar abgekürzt. Es ist race day hier in Melbourne. Als wir weitergehen, mit einem der besten Ausstrahlian Grands Prix. So, hier sind wir in den Albert Park Circuit. 3.3 miles rund um die Lake, mit dem Street Track zu machen, eine Bumpy-Geräusche mit wenig undulativen. Da sind 16 Corners hier, mit den besten Passungen zu kommen, bei Turn 1 und Turn 3. 3.3. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, es ist fantastisch zu haben uns hier mit uns heute. Aber ich bin curious, als ein Mann mit Erfahrung aus dem Track, wie die Pre-Race-Nerven zu werden, wenn Sie auf die Gründe sind, wenn Sie auf die Gründe sind? Aber von der Momenten Qualifikationen ist über, Sie starten zu fühlen die Adrenalin in den Körper, und die Buzze in Ihren Stomach, als Sie erwartet, die Rundown in Turn 1. Es ist alles ein bisschen wie in die Runde. Und die Unkennung-Situation machte dich nervös. Die Pre-Race-Nerven sind eine gute Sache. Die Zeit, die Sie nicht haben, bedeutet, dass Sie nicht mehr interessieren. Und natürlich müssen Sie sicher, dass alle Proceduren von dir sind, so dass sie nicht zu viel von Ihren Kapazitäten nehmen. Sie sind auf der ersten Runde. Es ist Zeit, um mit unseren Start-Rid zu schauen. Für heute die Runde. Valtteri Bottas linee auf die Position, und Lewis Hamilton completee die Front-Relle. In der Zeit, haben wir die Rest-Rest, unser Runde. Norris, Ricciardo, Max Verstappen und Sainz. Pérez, Gasly, Vettel and Kimi Raikkonen Leclerc, they've taken a grid penalty Giovinazzi, Fiona Driver and Fernando Alonso Ocon, Sonoda, they'll be starting further back after an earlier grid penalty Mick Schumacher and Nicolas Latifi Mazepin, they've taken a grid penalty Russell, Islet and Lance Stroll brings the grid to a close And with lights out, just moments away, it's time to go down to the track Okay, ihr habt's gesehen Wir starten eigentlich von Rang 17, wir sind jetzt weiter vorgerutscht Ich sag mal so, es ist extrem hart gewesen Wir sind im Qualifying wirklich schon wieder am Limit gewesen Und puh, ja, ich muss sagen Ich hab's mir vor dem Qualifying noch anders vorgestellt Und ich glaube, dass wir hier doch ein paar Probleme kriegen könnten Wir fahren mal die personalisierte Strategie Da sind wir nach hinten raus auf dem Medium-Reifen Mal gucken, ob wir damit so hinkommen Boah, wird auf jeden Fall Wird auf jeden Fall eng Sprittechnisch nehmen wir auch Für 29,3 Sprit mit Und dann, ja Gehen wir einfach mal rein ins Rennen Ich glaube, dass es schwer wird Aber wir geben unser Bestes Wir sind ja jetzt auf 13 vorgerutscht Vier Plätze Und wir werden einfach gucken Was der Renntrim sagt Vielleicht haben wir im Renntrim dann doch ein bisschen mehr Glück Wir werden es einfach sehen So, wir rollen in die Startbox Und ihr seht das, wir haben uns wahrscheinlich verklickt In der Strategie aus Weil wir fahren Wir starten auf den Mediums Das war eigentlich nicht der Plan Jetzt ist es der Plan Oh Gott Ja, wir müssen das Beste draus machen Vielleicht haben wir ja Glück Und nach hinten raus Kann uns der Soft-Drive nochmal ein bisschen was bringen Da ist die Ampel Großer Preis von Australien Und sich ein guter Start Aber hier, alter Falter Beide Alpines mit einem riesen Start Alonso und Ocon Und da schießt ein Williams Innen rein So, wir schieben uns wieder auf 14 Ein Platz verloren am Start Und hier holen wir uns den vielleicht zurück Und noch einen mehr Alter Falter Jetzt müssen wir erstmal gucken Was hier auf dem Medium-Reifen so geht Und nach vorne Bildet sich schon die erste Lücke Auch zu Raiköhn Können wir ein bisschen ausbauen Zum Noda müsste jetzt wahrscheinlich langsam rankommen Und jetzt bitte Und jetzt bitte Und jetzt bitte da kommt er schon ok zu noda ist dran alonso kommt ebenfalls von hinten müssen wir aufpassen nach vorne lassen wir jetzt schon ordentlich abreißen ja 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 Oh, Zenora versucht es jetzt, aber hier machen wir zu. Oh, da müssen wir beide vorbeilassen durch den Fehler. Also ich muss auch sagen, dass ich in Melbourne das jetzt auch noch kein vernünftiges Setup gefunden habe. Also auch das Training ist auf der Suche nach einem Setup sehr sehr schlecht verlaufen. Das liegt glaube ich auch daran, dass die Autos dieses Jahr oder sich generell in F1 2020 teilweise bei den Einstellungen auch ein bisschen umgekehrt verhalten. So, Alonso jetzt vorbei an Zunoda. Also da vorne ist eine Riesenschlange. Hier seht ihr das auf dem Radar, die sich da hinter den beiden Mercedes gebildet hat. Angeführt von den beiden McLaren. Da ist quasi das ganze Feld vertreten. Und dann hält Räikkönen nochmal auf. Der Abstand zum Zielkollegen beträgt 6,6 Sekunden. So, Stroll klebt uns jetzt so dicht hinten dran. Da haben wir auch keine Chance, ey. Bitteschön. 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 Amen. Ja, Zeitz hat es versucht, war ein bisschen sehr optimistisch. So, die nächste in der Box, wechseln auf die harten Reifen. So, die nächste in der Box, wechseln auf die Harten. So, die nächste in der Box, wechseln auf die Harten. Wir sind jetzt bei 40%. So, die nächste in der Box sind. So, die nächste in der Box, wechseln auf die Harten. So, die nächste in der Box, wechseln auf die Harten. Oh, das wird schon, man merkt das schon, das Untersteuern wird deutlich schlimmer und das, obwohl der Reifen noch nicht so krass abgebaut hat. So, die nächste in der Box wurde eingesetzt. Fahr langsamer und behalte ein positives Delta. So, die nächste in der Box, wechseln auf die Harten. So, die nächste in der Box, wechseln auf die Harten. Das ist die Frage. So, die nächste in der Box, wechseln auf die Harten. So, die nächste in der Box, wechseln. So, die nächste in der Box, wechseln auf die青ionen Harten. So, die welche? So, die nächste in der Box, wechseln auf die Harten. So, die Hälfte ist rum. Wir sind wieder ein bisschen im Niemandsland unterwegs. Okay, wir haben schwere Motorprobleme. Versucht hier einen sicheren Platz zum Ausscheiden oder komm an die Box. Nein. Och, Herrgott. Der zweite Motorschaden dieses Jahr. Nun gut. Sagen wir es mal so. Es wäre in dem Rennen wahrscheinlich sowieso nichts weitergegangen. Also von daher, ja. Motorschaden. Und wir stellen das Auto ab. Links, links, genau. Da schön in die Auslaufzone. Ach, Herrgott. Das gibt es doch nicht. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Ja, da seht ihr das, das Endergebnis. Hamilton gewinnt von Bottas und Max Verstappen. Wir scheiden das zweite Mal in dieser Saison mit einem Motorschaden aus. Wie eben aber auch schon angesprochen, dieses Mal wäre es nicht so schlimm gewesen. Deswegen hat es mich nicht so aufgeregt. Es wäre wahrscheinlich, wenn ich noch ein Safety Car rausgekommen wäre, sowieso nicht in die Punkte gegangen. Von daher, ja, ist es zwar ärgerlich, aber nicht so schlimm wie damals in Singapur. Wir gucken trotzdem nochmal kurz rein, wie es in der Rangliste jetzt aussieht. Wir bleiben 14. mit 28 Punkten vor Kimi Raiköhn und 8 Punkte hinter Fernando Alonso in der KWM. Ebenfalls 8. mit 30 Punkten, 3 Punkte vor Alfa Romeo und 18 hinter Alpine. Von daher bin ich eigentlich ein guter Dinge, dass wir diesen 8. maximal 9. Platz noch ins letzte Rennen mit nach Abu Dhabi nehmen und diesen dort dann auch verteidigen können. Und dann gucken wir einfach mal, was nach Abu Dhabi die neue Saison bringt. Jetzt war es das erste Mal von mir. Wir sehen uns auf jeden Fall zum Saisonfinale. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Jeder Stahl bleibt da geil. Ich freue mich auf euch. Haut da rein. Tschüssi.